Hey und herzlich willkommen zu Part 29 von Let's Play Die Sims 4 Rapunzel Legacy. Jetzt hätte ich irgendwie fast Any Legacy gesagt, weil heute ist alles wild hier, Leute. Ich kann jetzt in diesem Video auch mal sagen, entschuldigt bitte die letzten Videos und auch dieses hier. Der Schnitt, ich weiß, es ist besonders, nennen wir es so. Ich schneide momentan wieder selber, weil meine liebe Anna krank ist und ich kann es einfach nicht. Und wir werden einfach nie Freunde, deswegen möchte ich das ganz kurz hier sagen. Also die Anna hat nicht auf einmal ihre Skills verlern, sondern ich bin's schuld. Aber natürlich, sobald die Anna wieder fit ist, gibt es hier den gewohnten tollen Anna-Schnitt, den ihr so liebt und den ich so liebe. Also macht euch keine Gedanken. Meine Kamera ist jetzt irgendwie auch kaputt, also der Fokus ist kaputt. Wenn ich hier hinten hingehe, bin ich nicht mehr fokussiert und das fokussiert nicht nach. Also es ist wild hier im Haus des Infinity. Das hindert mich nicht daran, jetzt hier dieses Rapunzel-Video aufzunehmen. Deswegen gab es jetzt übrigens auch kein Love Island und so weiter. Ich weiß, es ist gerade alles ein bisschen wild im Uploadplan. Aber erst war ich krank, dann ist Anna krank. Deswegen ein bisschen durcheinander, aber wir kriegen das schon hin. Und jetzt sind wir aber hier wieder zurück bei unserer wunderbaren Rapunzel-Legacy mit Ray und Eugene. Und der letzte Part war einfach nur wunderschön, denn die beiden haben sich verlobt und waren in ihrem kleinen Liebesurlaub. Und jetzt sind wir wieder nach Hause zurückgekehrt und sind voller Glücksgefühle. Im letzten Part habe ich euch ja auch noch so einen kleinen Cliffhanger gelassen, weil Ray sich komischerweise die ganze Zeit übergeben hat. Und ja, wir nicht so richtig wissen, was es damit auf sich hat, aber wir werden es ja wahrscheinlich in diesem Part erfahren. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mal rein und ganz viel Spaß. Ganz übrigens auch witzig, dass in dem ersten Video, was ich geschnitten habe, direkt mal der Ton vom Intro gefehlt hat. Also im letzten Rapunzel-Legacy-Part war das tatsächlich. Ja, also willkommen im Schnitt von Frau aus Infinity. Jetzt sind wir hier aber mit unserer wunderbaren Ray. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, Nina, warum hast du die Nacht nicht übersprungen? Als ich das Thumbnail vom letzten Part gemacht habe, ist direkt was passiert. Deswegen drücken wir jetzt mal auf Play und schauen mal, ob das jetzt auch hier passiert. Warum ist das jetzt so laut? Ach, mein Setup macht mich aber auch verrückt. Ich will gar nicht, ja, dass es passiert, aber ich wusste halt, dass es passiert. Pockets. Es hat leider ihren Lebensabend erreicht und geht von uns. Und ich habe darüber schon getrauert, weil ich das beim Thumbnail-Machen halt entdeckt habe. Und ich dachte so, nein! Ja, aber deswegen, oh mein Gott, hä? Hallo? Spiel? Mein Spiel ist so bekloppt. Können Tiere überhaupt düster sein? Ich glaube nicht, oder? Ich wusste nicht mal, dass die Tiere eine Persönlichkeitsveränderung durchmachen können. Also da drücken wir jetzt auf jeden Fall nein, weil, stellt sich nicht so an. Ähm, okay, aber anscheinend, ja, können die das auch durchmachen. Aber das ist auf jeden Fall ganz schön traurig, weil Pockets war ja die Erste, die uns begleitet hat. Und, ja, unser ältestes Haustier. Deswegen ist es natürlich ganz schön schrecklich für uns. Und alle Tiere leiden mit und weinen eine Runde. Und natürlich ganz vorneweg Ray, die quasi ihr Erstgeborenes, ihre älteste Begleiterin gerade verliert, als wir noch auf dem, also am Leuchtturm gewohnt haben. Da haben wir Pockets aufgenommen und sie ist sozusagen unsere älteste Freundin. Und das ist natürlich jetzt äußerst emotional. Flynn, äh, Eugene heißt du. Vielleicht kannst du mal zu deiner Maus gehen und sie einmal umarmen, dass sie, dass es ihr vielleicht ein bisschen besser geht. Und, ach, mein Göttchen. Und dann geht unsere kleine Pockets gleich ins Reich der Toten. Auf Wiedersehen, Pockets. Wir werden dich nie vergessen. Oh mein Gott. Ach, Mann, oh. Wir haben doch, glaube ich, ja, haben wir. Wir haben da ja für Annie schon ein Grabstein. Warum ist es eigentlich immer so, dass ich einen privaten Friedhof habe auf meinen Grundstücken? Es ist jedes Mal das Gleiche. Aber so ist das halt, ne, wenn man seine Tierchen verliert. Ähm, aber dann haben wir hier unsere kleinen süßen Mäuse. Die werden wir dann vielleicht auch irgendwann mal mit auf den Whitefriedhof stecken, weil wir werden ja auf jeden Fall hier ausziehen. Also wir werden ja nicht für immer in diesem, auf diesem, äh, in diesem Haus wohnen. Und deswegen wollen wir natürlich, dass diese Grabsteine auch immer für uns einsehbar sind. Ach, mein Gott. Ray ist direkt wieder ein bisschen sauer. Mann, das macht mich fertig, Leute. Kann dafür nicht mal jetzt ein Patch kommen, dass das rausgepatcht wird, dass die immer gemein zu erinnern sind? Ich möchte das nicht. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwie ein bisschen realistisch, dass sie halt in so einem Moment der Trauer wird sich da drinnen gerade gekloppt. Hallo? Was macht ihr da? Ja, also es sind gerade alle ein bisschen aggressiv, wie es scheint. Ähm, wir ignorieren das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass die zwei sich jetzt nicht noch weiter ankeifen. Ja, die haben sich, die sind eben jetzt schon richtig sauer aufeinander, weil sie, äh, Eugene jetzt einfach angebrüllt hat, obwohl er ja einfach nur für sie da sein wollte. Deswegen, ja, ist es vielleicht das Beste, wenn wir jetzt einfach ins Bett gehen und diesen Tag hinter uns lassen. Und, ja, nach der Euphorie des Liebesurlaubs kommt dann die bittere Realität zurück. Der Sensenmann ist anscheinend auch ziemlich kokett. Kannst du jetzt auch nach Hause gehen? Was machst du überhaupt noch hier? Och, guck mal, und die kuscheln sich auch direkt aneinander. Ich lieb's doch. Junge, der ist immer noch da. Mach dich vom Acker! So, der nächste Morgen ist angebrochen. Alle sind natürlich super traurig, außer Rusty. Rusty ist irgendwie glücklich, aber naja. Ähm, dieser Spielstand ist gerade auch natürlich, hat sich angepasst und denkt sich einfach so, ach ja, ich hab gerade auch keinen Bock. Also, der Sensenmann stand hier irgendwie jetzt die ganze Nacht noch so und hat sich nicht bewegt. Beziehungsweise hat sich bewegt, aber wollte einfach nicht gehen, obwohl ich ihn auch zurückgesetzt hab. Ich habe gerade geguckt. Sie kann sich immer noch übergeben. Also, das ist tatsächlich immer noch der Fall. Ähm, ich glaube, wir lassen ihn mal ganz kurz die Toilette sauber machen, damit sie dann da fröhlich ihre Sachen machen kann. Vielleicht kann sie dann mal, haben wir noch was im Kühlschrank? Das sieht mehr nach Gärmli aus. Vielleicht räumen wir mal ganz kurz das verdorbene Essen aus. Also, wir haben auf jeden Fall jede Menge neue Küken, die hier irgendwie schlüpfen. Während unserer Trauerphase ist hier viel im Hühnerstall passiert, aber da kümmern wir uns natürlich jetzt heute drum. Ähm, der ist ja immer noch da. Junge, was machst du hier? Oder bist du wieder da? Nicht dein Ernst, wenn er sich jetzt Rusty holt. What the fuck? Leute, ich kann es langsam nicht mehr erklären. Ich kann... Ach Gottchen. Es... Ja. Dieses Spiel macht mich fertig. Naja, der Sensenmann ist jetzt auf jeden Fall wieder weg. Das erklärt auch, warum du die ganze Nacht der... Dass man nicht schnell vorspulen konnte. Ja, weil der Sensenmann noch im Garten war. Naja, okay. Nee, Ray, du gehst jetzt nicht ins Bett weinen. Du kannst dich jetzt mal schön hier um deine Tierchen kümmern. Das bringt dich doch immer auf bessere Gedanken. Deswegen wirst du mirten, einmal putzen. Und kannst die Eier einmal einsammeln. Und das Futter in der Nähe verstreuen. Und da kommt auch schon die Benachrichtigung. Leute, ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll. Aber ich habe ja so gut es geht versucht, einen Pokerface zu bewahren. Ray ist schwanger. Es ist ein richtiger Bella Swan Moment. Ich habe es ja letzte Woche schon erfahren. Ich habe es ja schon im MC Command gesehen. Und ich dachte so, das darf nicht wahr sein. Und habe dann halt über das Wochenende da auch so drüber nachgedacht. Und dachte mir so, oh mein Gott, das ist einfach wirklich wie bei Twilight. Und das Witzige ist ja, dass die auch in so einem Dschungel waren. Also, dass sie im Urlaub waren. Und Bella und Edward ja auch auf dieser Insel da waren. Und sie da halt dann dieses Kind, was eigentlich nicht sein dürfte. Oder kann, nicht sein kann. Eben plötzlich da ist. Und das ist einfach so krass. Sie ist schwanger, obwohl sie theoretisch nicht schwanger werden kann. Und ich habe mir da auch schon so eine kleine Sache überlegt. Die auch schon ein paar von euch reingeworfen haben. Weil theoretisch ist es halt einfach nicht möglich. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass wir das auch über das Wissenschaftsbaby machen können. Aber ich finde die Idee eigentlich auch ganz süß. Das, weil Ray hat ja magische Vorfahren. Viele, viele magische Vorfahren. Also, Camorra war eine Hexe. Ora war eine Hexe. Und ihre Mom Annie war dann eben auch eine Hexe. Annie hatte auch das Gen, oder? Es ist heute wieder, ich habe viele Gedanken in meinem Kopf. Auf jeden Fall habe ich mir halt einfach gedacht, dass es vielleicht so von der magischen Seite der Familie so geregelt wurde. Weil sie sich eben nichts mehr wünscht als eine Familie mit Eugene. Und dadurch ist sie dann halt einfach irgendwie schwanger geworden. Es ist, wie es ist. Ich habe das nicht mal irgendwie angeleitet. Also, ich habe nicht damit gerechnet. Ihr wisst, im Spiel war sie als nicht schwanger und kann nicht schwängern markiert. Also, das habe ich euch ja im letzten Part sogar noch gezeigt. Ich denke mal, dass es da vielleicht einen Konflikt mit MC Command gab. Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Aber sie ist auf jeden Fall schwanger. Und so wie es aussieht, ist sie dann jetzt auch schon... Ah ne, zweites Trimester in 24 Stunden. Okay. Also, sie hat jetzt auch schon einen Babybauch. Leute! Oh mein Gott! Ray ist einfach schwanger. Das ist so unfassbar krass. Wir gehen natürlich jetzt mal zu Eugene und sagen ihm direkt mal die neuesten News, dass wir schwanger sind. Ich weiß gar nicht, wo können wir das denn sagen? Große Neuigkeiten erzählen. Ja, ähm, Eugene, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber meine Brille ist irgendwie kaputt. Ich habe gerade einen Test gemacht. Du weißt, ich habe mich die ganze Zeit übergeben und ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich bin schwanger. Und Eugene sagt, was? Oh mein Gott! Das ist wunderbar, Ray! Das ist sowas von wunderbar! Jetzt würde er sie direkt einmal knutschen und ihr einfach sagen, dass er sie über alles liebt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ich habe die Childbirth-Mod wieder drin von Panasama und deswegen machen wir jetzt direkt mal einen Bellyhack. Zeig es ihr! Auch wenn du stinkst, komm! Ich gebe dir sogar ein bisschen, äh, ich nehme dir deine Stinkigkeit, damit wir diese Interaktion jetzt einfach genießen können. Weil diese ganzen Animationen von der Childbirth-Mod ist einfach, sind einfach der Hammer. Sind einfach so süß. Es ist einfach... Oh mein Gott! Gott im Himmel! Weil ihr wisst, Eugene wünscht sich nicht mehr, nichts mehr als ein Kind. Ich glaube, Ray war so, ja, wenn's passiert, ist halt ganz schön. Aber er, ne, er möchte, er wünscht sich das so sehr, ein Kind zu haben. Er hat ja auch den Wunsch, ähm, eine große glückliche Familie zu haben. Und das ist einfach nur so süß, dass die zwei jetzt so happy sind. Guckt ihn euch an! Also ich freue mich so sehr, dass das Schicksal das jetzt auch irgendwie so entschieden hat. Ich finde, das ist eine total schöne Sache und ich hätte es besser nicht machen können, weil ich das halt jetzt nicht mal entschieden habe, sondern das Spiel es für das Richtige gehalten hat. Weil das Spiel halt auch gemerkt hat, hey, die zwei brauchen ein Baby. Und ja, einfach richtig schön. So, aber jetzt hör auf, traurig zu sein. Also du darfst natürlich immer noch traurig sein, weil das ist natürlich immer noch schlimm. Also, dass Pockets jetzt nicht mehr da ist. Aber, ach, es gibt jetzt auch so viele Sachen zur Freude. Deswegen, ja, müssen wir uns jetzt einfach versuchen, da drauf zu konzentrieren, dass das Leben eigentlich sehr schön ist. Und müssen uns natürlich hier auch um unseren ganzen Bauernhof kümmern. Wir haben sehr viele Haustiere, die es zu versorgen gilt. Hier liegt noch ein Kackhaufen auf dem Weg. Den können wir natürlich dann auch mal schnell entsorgen. Oh mein Gott, ist das, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Ray. Aber dieses Outfit ist es nicht, Ray. Das passt irgendwie nicht so mit der Brille. Du musst jetzt was anderes anziehen. Zieh dein süßes Kleidchen an. Das sieht doch bestimmt... Oh mein Gott, mit dem schwanger Schuss. Oh mein Gott. Ray ist einfach schwanger, Leute. Ich kann das doch nicht. Es macht mich einfach so unglaublich glücklich. Es ist sowas von unfassbar niedlich. So, jetzt werden hier aber Eier eingesammelt, Futter verstreut. Na komm schon, Girl. Wir haben auch wieder hier ganz viele neue Weibchen. Also was heißt ganz viele. Aber wir können die Küken auf jeden Fall noch benennen. Wir haben jetzt hier noch ein weibliches Küken. Vielleicht... Ach nee, ich kann das jetzt nicht... Ich wollte... Ich habe gerade überlegt, ob wir es Pockets nennen. Aber das ist ja auch ein bisschen traurig dann, wenn es so heißt. Wir nennen das einfach nach unseren Vorfahren. So, das ist jetzt Snow. Ich weiß zwar nicht, ob es ein weißes Huhn wird. Aber das wird jetzt einfach Snow. Ach so, hier haben wir noch eine weiße Henne. Die wir noch nicht benannt haben. Ja, dann wirst du doch nicht Snow heißen. Müssen wir mal kurz ändern. Hallo, wie kann ich deinen Namen ändern? Hier. Du heißt Tiana. Ist es barbarisch, seine Hühner nach seinen Vorfahren zu benennen? I don't know. So, und wo ist die weiße Henne? Ich logge die an, Leute. Das sind meine Rufe. Ah, hier hinten. Perfekt. Dann nennen wir die weiße Henne nämlich Snow. Nicht Anoch, sondern Snow. Und hier haben wir noch so ein Teil. Das können wir dann auch mal verkaufen. Wie geht es denn dir eigentlich? Auch dir geht es super. Ja, schön. Da hat er sogar eine Stimmung davon. Ach, ich kann doch nicht mehr. Ich habe auch eigentlich eine Übersetzung davon geschickt bekommen. Die muss ich mir noch ins Spiel laden. Ich bin einfach so ein Dulli, ne? Wir werden jetzt aber sie mal auf andere Gedanken bringen. Weil ich möchte, dass er ihr ein bisschen die Sorgen nimmt. Say hi to baby. Was ist denn das? Ja, wir werden sowas von hi to baby sagen. Okay, das ist einfach die normale Interaktion, ne? Oh mein Gott. Also fast. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist das so. Er knieet sogar nieder. Ich kann doch nicht mehr, Leute. Das wird das meistgeliebteste Baby der Welt. Ich sag's euch. Ja, ja. Achso, wir müssen ihn natürlich jetzt auch darum bitten, dass er unsere Geburt begleitet. Wir wollen... Nee, nicht Smalltalk. Wir wollen, dass er unser Geburtspartner wird. Damit er dann auch mit ins Krankenhaus kommt. Obwohl ich mir bei den beiden irgendwie auch vorstellen könnte, dass sie so eine Hausgeburt machen. Ich glaube, das ist ja nicht richtig süß. Es ist zwar super anstrengend, aber ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir werden eine Hausgeburt machen. Deswegen werden wir jetzt direkt mal bei dem Obstretischen anrufen. Hier. Und dann werden wir sagen, dass wir das Baby gerne hier zu Hause gebären möchten. Genau. Homebirth. Okay. Many parents contemplate home home because they want to avoid the height. Okay. Wir brauchen entweder ein Geburtspool oder ein Geburtskissen. Sopper. Das finde ich toll. Machen wir. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass wir über sowas gerade reden. Das ist ja sowas von... Guckt sie euch an. What? Ray einfach. Du bist so eine süße Maus. Ich kann das alles nicht mehr. Ich freue mich so, so sehr. Guck mal. Hier sind noch mehr Küken, die wir jetzt benennen können. Da ist Tiana. Und dann haben wir noch ein männliches Küken. Dann nennen wir das jetzt einfach Corey. Wie ihr Dad. Ist zwar ein bisschen gruselig, dass die gleich alt sind und das ist ihr Dad. Aber das ist halt jetzt Corey. Einfach der guten alten Zeiten willen. Und du kannst jetzt mal hier das alles einmal abernten. Leute, dann wird es wirklich Zeit für ein neues Haus. Oder ich meine, wir hätten hier theoretisch ja noch einen extra Raum. Also ein Kinderzimmer haben wir auf jeden Fall. Aber ich würde... Also ich wünsche mir für die beiden halt einfach auch ein größeres Grundstück. Und ich sehe die beiden halt auch in Hanford und Bagley. Ich finde, die passen da sehr, sehr gut hin. Und deswegen werden wir dann dorthin ziehen. Also ich denke mal, dass ich vielleicht dann jetzt nächste Woche oder so anfange, die neue Ranch zu bauen. Also nicht Ranch, sondern wirklich einen Bauernhof. Das passt ja einfach unfassbar gut zu den beiden. Und ich glaube, ja, nach den ganzen Strapazen jetzt. Also das ist ja wirklich gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst ist sie total happy, weil sie verlobt ist. Dann ist sie... Beziehungsweise sie hat ja auch Annie noch vor nicht allzu langer Zeit verloren. Dann ist sie happy, weil sie verlobt ist. Dann ist sie traurig, weil sie dann Pockets verloren hat. Und jetzt ist sie happy, weil sie ein Baby bekommt. Es ist so... Also ich glaube, so viele Gefühle sollte man als Schwangere eigentlich gar nicht durchmachen müssen. Eugene, du kannst jetzt mal ganz kurz, weil deine Verlobte hat Hunger, das kannst du einmal aussortieren und danach kannst du mal was zu essen machen. Ja, wir haben leider nicht mehr so viele Sachen, ne? Boah, man braucht wirklich für alles Mehl. Leute, wir müssen mal Mehl kaufen. Dann gibt's jetzt einfach zum Mittagessen... Warte mal, kann er auch was über die andere Option machen? Nee, das kann er gar nicht. Aber er hat sein Bestes gegeben. Dann gibt's halt Eier und Toast. Komm, das reicht auch. Och Gott, und sie sitzt hier wieder an den Grabsteinen und trauert um ihre Babys. Ach, Manu. Ja, sad times. Aber egal, du hast ja noch... Oh mein Gott, hier ist schon wieder so ein Teil. Du hast ja noch so viele andere Tierchen, die du lieben kannst. Also nicht, dass man irgendwie was ersetzt, aber... Ihr wisst, wie ich das meine. Deswegen geben wir denen jetzt einfach noch mehr Futter, Leute. Yay! Und hier können wir nochmal die Wolle abscheren und einmal milken, melken. Wir magen milken. Währenddessen fackelt Eugene hier fast die Küche ab, aber unter der Aufsicht von Belyos. Also Belyos hat alles genau im Blick. Was hat sie hier hinten für eine Wut? Kontrollverlust. Ja. Ich verstehe auch, dass du gerade so ein bisschen besorgt bist, Ray. Also wäre ich auch. Du hast viel im Kopf, viel um die Ohren. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon zum Ultraschall gehen können. Ich glaube, mit der Mod geht das nämlich direkt und nicht erst ab dem zweiten Trimester. Pregnancy Check-Ups. Das können wir machen. Wir gehen mal gucken. Wir nehmen Eugene natürlich mit, weil ich natürlich sehr gerne wissen möchte, was wir bekommen. Und ob wir nur ein Baby bekommen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich glaube, wir müssen dafür jetzt noch ein paar Sachen platzieren in diesem Krankenhaus. Weil ich glaube, hier haben wir noch das Normale. Ach nee, hier haben wir das, in dem Annie gearbeitet hat. Oh mein Gott, lang, lang ist es her. Wie schön. Das ist ja so süß. Okay, aber das sind trotzdem nicht alle Sachen, die man von der Mod braucht. Eine Sekunde, das muss ich mal ganz kurz ercheaten, dass wir ja da jetzt noch umbauen können. So, weil wir brauchen natürlich einmal, warte mal, das Bett können wir jetzt mal wegmachen. Also wir brauchen einmal dieses hier. Das ist so ein, warte, wie rum gehört denn das so? Da kann man dann so Abstriche und sowas machen. Dann brauchen wir noch so ein normales Bettchen. Das stellen wir mal hier hin. Da brauchen wir aber noch unseren guten alten Freund Move Objects. So, das ist doch süß. Und dann brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Oder? Ach doch, das hier noch. Ultrasound Machine. Wäre nicht schlecht. Machen wir dann in diesen Raum. Das ist doch perfekt. Dann kommt die Ultrasound Machine hier rein. Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Mit dieser Mod kann man ja jetzt auch Gender-Reveal-Partys und sowas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die zwei da so machen würden. Ob die zwei da so interessiert dran wären. Aber mal gucken. Erstmal geht es ja jetzt überhaupt darum, dass wir herausfinden, oh mein Gott, was wir überhaupt für ein Geschlecht bekommen. Okay, also wir können von diesen wunderbaren Personen ein Ultraschall bekommen. Ich glaube, wir lassen den Youssef das mal machen. Dann setzen sie sich doch mal hin. Eugene, du kannst dich hier auf die Bank setzen. Setz dich hin. Das finde ich auch immer sympathisch, wenn die dann erfahren, dass sie als Krankenhauspraktikant arbeiten. Das ist immer äußerst schön. Da freuen wir uns immer sehr. Ach so, er kommt schon dazu. Ja, perfekt. Das ist natürlich noch schöner. Leute, oh mein Gott. Wartet, ich brauche da ein Bild von. Das ist ja also, ich kann doch nicht mehr. Unsere Ray ist einfach schwanger. Das ist so unfassbar schön. Makes me very happy. Ich weiß immer nicht, ob die Bilder hier akkurat sind. Also wenn die Bilder akkurat sind, haben wir glaube ich... Ein Kind. Ich glaube, es ist ein Kind. Oh, warte, was? Da steht es ja schon. Look, sagt ja, one healthy baby. Ach so, da steht aber noch nicht, was ist... Oh mein Gott. It's a baby girl. Oh mein Gott, Leute. Wir haben direkt unsere nächste Disney-Prinzessin. Nein, aber wie schön. Es ist ein Mädchen. Oh mein Gott, könnt ihr euch das vorstellen? Die zwei kriegen einfach ein Baby-Girl. Es ist so süß. Ein kleines Eugene und ein kleines Ray-Baby. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen ein Mädchen. Ach mein Gott, ich glaube, Eugene freut sich so unglaublich sehr auf das alles. Guckt euch das an, wie viele Stimmung er hat. Er geht direkt nochmal zu dem Arzt und möchte ihm Danke sagen. Und sie chillt hier noch eine Runde. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt hier... Was ist denn Pep-Test? Keine Ahnung, machen wir einfach mal. Also diese Mod ist sehr detailliert. Ich habe sie euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Und da kommen immer wieder so krasse Updates. Okay, alles ist normal und gesund. Super, das freut uns doch. Schön. Ja, sehr gut. Dann wissen wir jetzt schon mal, dass wir ein kleines Baby-Girl bekommen. Ja, vielleicht irgendwann, wenn sie das ein bisschen vergessen... Oh, was heißt vergessen kann? Aber wenn sie ein bisschen besser damit umgehen kann, dass Pockets jetzt eben nicht mehr da ist, dann wird sie sich bestimmt auch darüber freuen. Aber Eugene freut sich umso mehr. Also er recherchiert hier direkt mal so, was ist am besten für Babys und so. Schön. Schöne Sache. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder nach Hause mit unserer Euphorie im Herzen. Vielleicht können wir noch ein bisschen in unser Café gehen. Fände ich, glaube ich, auch ganz sweet, wenn wir da jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen. Und dann können wir... Kann sie noch ein bisschen malen. Und ich glaube, dass sie dadurch auch mal ihre Gedanken noch mal ein bisschen freilassen kann. Und dann kann sie da vielleicht noch was verkaufen oder sowas. Weil wir müssen da natürlich jetzt auch drauf achten, weil viel Zeit haben wir nicht mehr hier, um eine Zeit in unserem Café zu verbringen. Weil ja gleich haben... Also bald haben wir ja ein Baby hier rumrennt. Obwohl wir haben ja auch ein paar Möglichkeiten hier noch, das Baby oder das Kind dann in Zukunft zu beschäftigen. Weil wir haben ja extra auch noch hier so einen Spielplatz hingebaut und so. Und dann müssen wir natürlich auch hier einmal das Baumhaus bauen. Das könnten wir die zwei natürlich jetzt auch machen lassen. Das ist ja süß. Also sie muss natürlich aufpassen, dass ihr nichts passiert. Aber sie bauen jetzt das Baumhaus, weil sie eben sagen, hey, das machen wir für unser Kind. Und natürlich auch für alle anderen Kinder, die hier zu Besuch im Café oder im Atelier sind. Aber ja, das finde ich eine richtig schöne Sache, dass sie jetzt hier zusammen dieses Baumhaus bauen. Und Ray steht natürlich eher daneben und begutachtet ihren Bauch. Ihr ist auch noch ein bisschen übel. Ach guck, und jetzt ist sie nämlich auch richtig happy, dass alles schön ist. Und dass sie ein Babygirl in ihrem Bauch trägt. Und dass jetzt bald ihre Familie vergrößern wird. Das sieht doch schon richtig gut aus. Oh, es ist aber auch schon sehr spät. Vielleicht sollten wir jetzt mal aufhören, da weiterzumachen. Ich weiß gar nicht, können wir... Haben wir gerade irgendwie was... Was wir machen können? Wir könnten ein paar Törtchen schnell machen. Kann sie ein paar Törtchen herstellen, die wir dann zusammen essen können? Ein paar Erdbeerbrause-Törtchen zur Feier des Tages, weil es ein Mädchen wird. Was wünscht sie sich hier? Eugene heiraten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das süß. Ja, sowas von. Oh Gott. Die zwei machen mich fertig. Ich kann das nicht mehr. Da sind die Törtchen auch schon. Und dann werden wir uns jetzt zusammen eins genehmigen. Auf unsere Zukunft und auf unser kleines Mädchen. Oh mein Gott, was haben wir denn als nächstes? Ich glaube, Belle. Belle wird, glaube ich, die nächste Disney-Prinzessin. Wir gucken ja immer, dass wir das auch so ein bisschen anpassen, was halt passt. Aber ich glaube, laut meinen Regeln kommt als nächstes Belle. Und das ist ganz schön süß. Oh Gott, ich freue mich auf die Zeit. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Ihr könnt morgen ja zurückkehren. Morgen ist Montag. Da könnt ihr arbeiten gehen. Aber jetzt gilt es, die ganzen Informationen, die wir an diesem Wochenende bekommen haben, erstmal zu verarbeiten und eine Mütze Schlaf zu bekommen. Das ist ja wirklich so verrückt, was jetzt alles in den letzten Parts passiert ist. Ich meine, ich habe gesagt, ich möchte das jetzt mal alles ein bisschen vorantreiben. Aber das ist jetzt wirklich, ja, dass die zwei jetzt ein Baby erwarten, dass sie bald heiraten. Ihr habt übrigens geschrieben, dass ihr es auch total schön fändet, wenn sie halt eine lange Zeit verlobt wären. Also, dass sie halt nicht direkt heiraten und dann erst das Baby bekommen und so. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, den beiden ist es natürlich wichtig, ihre Zeit für immer zu haben, sodass sie sich auch wirklich das Ja-Wort geben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich halt jetzt erstmal darauf konzentrieren, das neue Haus zu bekommen und so. Und dann vielleicht, also es bleibt bei den beiden auf keinen Fall bei dem einen Kind, weil ich mir vorstellen kann, dass Ray halt nicht nur ein Kind haben möchte. Also, ich könnte mir vorstellen, das habe ich auch im letzten Part schon gelesen, dass es Leute geschrieben haben, dass sie zwei jetzt dann noch adoptieren. Weil wir haben ja gesagt, wir möchten natürlich unsere Gene weitertragen. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall ein Babygirl schon bekommen. Das heißt, für unsere Disney-Legacy ist das erstmal schon vorprogrammiert, dass wir da alles quasi ready haben, alles abgehakt haben. Und dann können wir halt jetzt dann noch Kinder adoptieren, wo wir sagen, okay, da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn die Gene halt nicht mit weiter übertragen werden. Aber dann können wir ja noch mehr Kindern ein wunderbares Zuhause schenken. Und ich glaube, das wäre die Ambition von den beiden. Oh mein Gott, dieser Bauch ist gigantisch. Bist du sicher, dass du nur ein Baby bekommst? Weil das, also, wow, du bist noch nicht nur im zweiten Trimester, Ray. Okay, naja, wir gehen mal wieder schlafen. Ich weiß gar nicht, warum du aufgestanden bist. Nein! Oh Mann, ich wusste es. Wie viel kann denn in einem Part passieren? No! Rusty Boy! Steht mal schnell auf, ihr Mäuse. Oh mein Gott, das ist dann aber wirklich keine schöne Schwangerschaft für Ray. Und sie wacht jetzt gerade auch auf und ihr ist total übel. Sie muss ganz dringend auf Toilette. Und hier unten ist der kleine Rusty, der von uns geht. Und Marie ist ganz traurig, dass ihr Daddy tot ist. Oh Mann, ja. Schön, dich wiederzusehen, würde ich ja fast sagen. Aber, oh mein Gott, jetzt kommt das schon wieder. Das macht mich fertig. Aber ich kann es langsam verstehen, dass ihr alle eine Persönlichkeitsentwicklung haben wollt. Leute, wir hatten so viele Haustiere und jetzt haben wir nur noch drei Katzen. von der eine unterwegs ist. Rusty. Jetzt sind alle unsere ersten Begleiter nicht mehr da. Rusty, Annie und Pockets. Oh Mann. Okay, und Ray hat natürlich eine frühe Midlife-Crisis. Alright. Noch irgendwie was? Möchte mir noch jemand was geben? Soll ich noch irgendwas machen? Aber ich kann es verstehen, ne? Sie macht natürlich jetzt gerade sehr viele Gefühle durch. Das ist schrecklich. Jetzt hat sie sich auch noch eingepieselt. Und der Sensenmann ist schon wieder verbuggt. Was ist denn los mit ihm? Junge. Was macht dieser Sensenmann hier? Geh nach Hause! Ich verstehe es nicht. Also Eugene ist zur Arbeit gegangen. Er hat heute seinen ersten Arbeitstag dieser Woche wieder. Das soll er natürlich auch machen. Er hat noch versucht, was zu essen, aber hat es dann doch stehen gelassen. So, und Ray war gerade schon im Garten und hat die Eier eingesammelt. Hier haben wir noch ein Ei, was wir ausbrüten können. Wir müssen die Rechnung bezahlen. Also es gibt viel zu tun hier im Hause. White sozusagen, ne? Wir sind ja immer noch die Whites, ja. Da ist unser kleines Küken. Süß! Ne, das ist Tiana. Hallo, wo bist du? Kleines Küki! Sie darf sich natürlich jetzt auch ein bisschen verkriechen. Ne? Ein bisschen ausheulen. Das hilft ihr auch bei der Verarbeitung von diesen ganzen Todesfällen. Seht ihr hier? Geht das schon alles ein bisschen runter? Ich glaube, sie kann das auch gar nicht glauben, dass ihre besten Freunde jetzt alle nicht mehr da sind. Und das tut mir wirklich leid für die kleine Maus. Was machst du da unten, Milton? Alles gut bei dir? Okay. Und ich glaube, dass wir dann eben jetzt ein bisschen unsere Gefühle... Oh mein Gott, süß! Ich wollte sagen, verarbeiten können, aber Caesar ruft an und möchte mit uns abhängen. Das ist so süß. Er ist so ein guter Freund. Es ist so niedlich. Auf jeden Fall darfst du vorbeikommen. Da ist er auch schon. Hi, Caesar! Warum bist du wütend? Wir werden uns jetzt bei ihm... Ach ja, wir müssen ihm noch sagen, dass wir schwanger sind. Offensichtlich. Also, ich weiß, es ist kaum zu übersehen, aber ich möchte es dir trotzdem einmal sagen. Ich bin schwanger. Oh mein Gott, ich vergaß. Das ist ja so süß. Weiter, what? Ach, ist das schön! Und er freut sich. Süß. Und guck mal, direkt ist er glücklich. Gerade war er noch wütend. Och Gottchen, das ist schön. Schön, dass die beiden sich haben. Oh mein Gott, will sie, dass er... Oh mein Gott, dass er ihren Bauch fühlt. Ist das süß! Sie ist natürlich jetzt auch super stolz. Immer noch dieses komische... Ups, Outfit, das möchte ich nicht. Das werde ich jetzt einmal nochmal ändern. Du ziehst dein süßes Kleidchen an, Ray. Weil damit siehst du einfach so niedlich aus. Und dann kann sie jetzt mal noch ein trauriges Gemälde malen. Währenddessen kann sie sich ja mit Caesar noch unterhalten. Oh, Toulouse ist wieder da und hat uns ein Geschenk mitgebracht. Diese Katzen sind aber auch so wild, ne? Das ist so süß. Oh, kleiner, feiner Toulouse, wir umarmen ihn direkt mal. Weil das hat er bestimmt gemacht, um uns aufzuheitern. Das ist so niedlich. Ja, du bist ein kleiner Feini, bist du. Ja, so ein Feini. Ein Feuer-Opal war da drin. Richtig schön. Dankeschön für das süße Geschenk. Und dann gehen wir natürlich jetzt direkt mal pieseln, weil... Es ist kritisch, ihre Blase wird immer sehr schnell wieder voll. Ach ja, komm. Und weil wir es lange nicht mehr gemacht haben, werden wir jetzt ein bisschen Gitarre spielen. Ach, sie kommt da nicht dran. Ähm... Und dem Baby ein paar Lieder vorspielen. Das ist ja auch super süß. Ach, schön. Und Caesar geht jetzt wieder nach Hause. Aber schön, dass er da war. Das war wirklich süß. Schön, dass er sich um uns gekümmert hat. Ist das Bild schon fertig? Nee, da kümmern wir uns dann gleich auch nochmal drum. Dann können wir das nämlich verkaufen. Auch wenn das natürlich aus unserer Trauer heraus entstanden ist. Aber in Emotionen steckt Emotion. Leute, Deep Talk mit Nina mal wieder. In Emotionen steckt Emotion. Oh mein Gott. Wer hat Geburtstag und wer will... Also erstmal, hier passieren viele Dinge gleichzeitig. Eugene hat Geburtstag. Nein. Eugene wurde befördert und ist jetzt leidenschaftliche Assistenz. Er verdient jetzt 14 Simulions mehr pro Stunde. Was insgesamt 34 ergibt. Hat 325 Simulions Bonus bekommen. Und er kann jetzt Tipps zu romantischer Zufriedenheit geben. Sehr schön. Das klingt doch toll. So, und wer hat hier Geburtstag? Wer hat sich hier gedreht? Hallo? Ich habe das ganz genau gehört. Irgendwer hatte hier Geburtstag. Oh mein Gott. Nee. Unsere Babys. Die werden nicht zu Senioren. Nee. Oh nee, Leute. Unsere Kätzchen haben alle Geburtstag. Marie noch nicht? Wo ist Marie denn? Schläft sie? Nee, das ist Milton. Eine Katze fehlt. Achso, Marie kommt gerade erst rein. Sie hat vergessen, dass sie Geburtstag hat. Und, oh Mann, Leute. Dieser Haushalt ist heute wirklich, es ist so traurig irgendwie. Alle sind super traurig. Die Katzen sind traurig. Sind die auch noch zu Senioren gewesen? Dabei ist es ja momentan eigentlich einfach nur Grund zur Freude. Wir könnten die glücklichsten Menschen der Welt sein. Aber auch das gehört ja irgendwie zum Leben dazu. Und, ja, das Ausweinen hilft natürlich auch. Ich weiß nicht, was diese Angela immer will. Lass mich in Ruhe. Er wünscht sich auch mit ihr zu plaudern, aber irgendwie, nee, will ich eigentlich gar nicht. So, wir reden jetzt mal mit ihm vielleicht ein bisschen darüber. Vielleicht hilft den beiden das. Wir bitten ihn mal um Rat. Oh, das ist die Ärztin von gestern. Ähm, okay, wir haben irgendwas, HPV. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist wohl normal. Und nichts, worüber wir uns Sorgen machen sollen. Okay, vielen Dank für den Anruf. Och, süß. Okay, so. Könnt ihr vielleicht mal noch ein bisschen, guckt mal, wartet. Ihr macht jetzt, ihr lest jetzt den Baby vor. All die süßen Animationen will ich sehen, Leute. Okay, Ray hat eine Midlife-Crisis. Es ist mir jetzt aber egal, wir ignorieren das. Weil das ist einfach das Wichtige, was zählt. Oh mein Gott, guckt sie euch an, wie die zueinander aufschauen. Ich werde nie verstehen, wieso Sims, also wieso EA nicht sowas einfach ins Spiel einbaut. Damit kriegen die doch unser Herz. So, jetzt gucken wir uns mal die Midlife-Crisis von Ray an. Streben nach Erfolg. Gut. Sie möchte drei teure Gemälde kaufen. Girl, wir kriegen ein Baby. Sie möchte ein Whirlpool kaufen. Sie möchte Geld in ein Tresor legen. Also, jetzt ist sie außer Rand und Band. Aber, wie gesagt, die Hormone gepaart mit so vielen Emotionen durch die ganze Trauer und sowas, das ist keine gute Kombination. Deswegen beende ich den Part jetzt auch an dieser Stelle, bevor hier noch irgendwelche doofen Dinge passieren. Aber, ja, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr trauriger Part war, war es auch ein sehr, sehr schöner Part. Also, es war wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle und ich bin sehr gespannt auf die kommende Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt, wann der richtige Zeitpunkt wäre, wann wir ins neue Zuhause ziehen. Ich denke, es macht Sinn, dass wir vielleicht jetzt, warte, ich gucke mal ganz kurz, was unser Haus gerade wert ist, dass wir ungefähr wissen, wie viel Geld wir haben. Okay, 35.000 und wir haben noch 15.000 hier unten. Das heißt, wir haben ungefähr 50.000 und wenn wir dann noch ein paar Bilder verkaufen, kriegen wir da ja auf jeden Fall auch schnell viel Geld. Das heißt, das sollte nicht so ein großes Problem sein, was wir dann haben, um einen, ja, einen großen Bauernhof zu kaufen. Ich freue mich schon voll drauf, das zu bauen. Ich bin sehr gespannt. Und, ja, falls ihr noch Ideen und Vorschläge habt, schreibt es natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare, vor allem halt auch bezüglich des Babys. Also, wie wollen wir das Baby nennen? Wollen wir es einfach Belle nennen oder wollen wir uns einen anderen Namen überlegen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gucke aber auch nochmal nach, ob das wirklich Belle ist, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass nach dieser Generation Belle kommt. Und, ja, generell, was ihr halt noch so für Ideen habt und auch für das neue Haus, was ihr da für Ideen habt und so weiter. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für den Schnitt dieses Videos. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss! Mua!